äh jetzt hier hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dbd ich bin sicher nicht zu spät in die runde gegangen weil ich in dbd stream schaue nein mann ich habe ihn leider geschlossen mit steuerung w ich bin jetzt mal leise für den rest der runde also als guter hier nicht streamer ich bin dumm influenza nehmen wir einfach influenza ist ein gutes wort als guter influenza ist es ja meine alleinige verantwortung euch jetzt hier zu unterhalten weswegen mir zugestimmt hat jetzt einfach die fresse zu halten die ganze runde was ich nicht bedacht habe ist dass ich nicht unterhaltsam bin ich denke das ist in ordnung so ein paar also keine aber ich denke wenn du so richtig intensiv was sagst die monatisierte sich aus als mich überhaupt monetarisiert ich habe 19 abos aktueller stammpunkt zeitpunkt stand man ich bin bin zeitpunkt oder der der ziel standpunkt ist 19 so was müsste 19 sein ok oben gibt kein totem ich dachte oben gibt es immer nicht immer warum kommst du das nicht ich dachte ein bisschen gesehen als du an ihm vorbeigerannt er hat sich bei ihm vorbeigerannt musst du eigentlich weil er so aus der rechnung bekommen wo du hingerannt bist ok weird er hat definitiv health care ich sollte mal den stift zur seite legen er hat der trapper hat dem griff der healthcare der trapper hat der zahlt der zahlt ich sag's dir oh er hat auch ruin ich bin nicht ne der verfolgt jemand da und ich dachte schon der kommt hier ja ja mich verfolgt ja ich dachte der kommt hoch hab meinen gen losgelassen ok da hat niemand hat nicht getriggert schade kennst du das wenn dein charakter anfängt den Punkt zu machen aber dann gilt es wirst wenn du einfach umfällst oh ah wunderschön da 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 uh 0,8 sekunden gespart und jetzt treffe ich keine grades mehr ich hasse mich NEIN ich bin mir jetzt nicht Hawkins ist auch nicht so nice ich muss auch eine person heilen ich frage mich ob er jetzt hier hochkommt da wirst du dich später mal hinten lassen damit ich dich heilen kann nein im besten falle würde ich das gerne oh mein unsere mech kriegen schon zweimal oh oh ich sehe glaube ich in den Keller rein ich hab echt ein Talent dafür in den Keller rein zu rennen kann ich ich kann nicht spielen Hugo oh 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 ist gar nicht mehr rasch in den Keller so in den� dem das war zu viel aufregung mein blutdruck hat generell über über normale werte wollte ich ich kann mich sehr gut artikulieren und gestikulieren natürlich ich kann gestikulieren nicht buchstabieren glaube ich werde ich aber jetzt nicht tun weil ich würde sonst meine dominanz verlieren zu zeigen dass ich schlau bin wenn ich verscheiße noch irgend ein wort welches misserfolg ausspricht noch ein wort des misserfolg ausdrückt die gräbte die die Digga, wenn ich jetzt draufgehe, werde ich gerade echt einfach secure vom Camper? Du willst echt einen Savekill mit mir haben? Woll ich gerade sagen, wie ist das passiert? Wow, jetzt wünschte ich, ich wäre tot gewesen, um deine Perfekt-Präsidenten zu sehen. Ah fuck, ich habe verschlägt. Ja, RANDOM! Ja, aber ich bin ein Genie. Und er verfolgt mich, cool. Nein, er wird mich holen gehen. Nein, er platziert bei mir eine Trap. Und hier holt er mich. Er hat an der Pellet, wo ich lag, eine Trap platziert. Ach, da ist der auch offen, oh mein Gott. Der Signal zu. Oh, nochmal 0,8 Sekunden gespart. Warte, du warst auch Dead on Hook? Ja. Wer da? Oh, nochmal 0,8 Sekunden gespart. Wir sind bei 2,4 jetzt. Boah, wir haben uns 2,4 Sekunden schneller geheilt. Ich glaube zumindest. Ne, 0,8 Sekunden war im Gen. Ich habe gerade absoluten Müll gelabert. Ich weiß nicht, ob das auf Healing auch zufällt. Ne, es wird halt noch 0,8 Sekunden für jeden Great Scale Check allgemein sein. Also, ich weiß, du kriegst 1% und bei einem Gen sitzt du ja 80 Sekunden dran, bis er angeht, soweit ich weiß. Dadurch entsteht die 0,8 Sekunden. Aber beim Healing bist du ja nicht 80 Sekunden dran. Wie lang bist du am Healing dran mit Serp-Kill? 16 glaube ich normal. Serp-Kill ist nur halb so schnell, also 24 glaube ich. Du bist dadurch fast 30 Sekunden dran. 30? Meinst du 32? Oh. Müsste ich mal checken. Ich mein, Gott, ich habe so viele Runden aufgenommen, als ob es da nicht ein paar Selfcare-Aktionen gibt. Scheiße. Ich kann aber nochmal nachschauen gleich. Ich bin überrascht, dass das funktioniert hat. Zumindest auf dem Hinweg. Was geht ab? Hat er gerade geschlagen? Achso, Ruin, klar. Ich erinnere mich. Also, es gibt ja 5% Progression bei Healing. 5% bei Healing? Ja. 0, 2, 4... 2, 4, wenn 10... 1, 2 also. Ich spare 1,2 Sekunden jeweils. Hör, Great Skates, echt. Wirklich? Was? Ja, das steht dem Vicky. Naja, aber das Vicky ist manchmal auch dated bei Sachen, ich weiß nicht. Ach, wir müssen eine Herausforderung auswählen. Äh, Hugo ist tot, ich bin tot, ich sehe keine Chance, dass wir das Spiel gewinnen. Äh, oder? Wie viele Gents waren das? Ach, die müssen jetzt nur noch escapen. Dann ist es tatsächlich... Ja, aber die eine stirbt gerade und ist dead on hook. Also schauen wir mal bei der hier, die eigentlich genau jetzt schon die Tür... Mach die Tür auf! Oh, okay. Jetzt musst du die Tür aufmachen. Wohin läufst du? Was ist dein Ziel? Die Luke, wartet sie darauf, dass die aufgehangen wird, um dann die Luke zu holen? Nee, die will einfach nur ein Mad-Kid haben. Die will, dass beide rauskommen. Vielleicht sind das Premates oder so. Oder die hat einfach nur einen sehr hohen Sinn für Eidro. Ich nehme alle zurück, die ist dumm wie Scheiße. Uh, das war gut reagiert. Ich glaube nicht, dass ich so schnell auf die Palette reagiert hätte. So, gut. Aber was macht ihr jetzt? Okay. Krocken hält ihn auf. Wird aber nicht lange halten, weil das die unsicherste Palette im ganzen Spiel ist. Und, äh... Satanic... Satanist, meine ich, wird... The Tennis Pacifist. Okay. Hat Angst davor, dass der Killer kommt und geht weg. Ist aber Scheiße laut, weil verletzt. Ist ja die andere an Breakable. Nee. Ähm... Ja. Ja, für mich ist das Spiel eigentlich hier vorbei. Ich beende die Aufnahme. Falls sie doch gewinnt, kann ich sein. Wenn nicht. Bis dann. Nicht total. Okay.